Freiberg in Sachsen. Eine der schönsten Städte dieser Region. Vor allem und allseits bekannt durch das Schloss Freudenstein. Das eine der umfangreichsten, schönsten und wohl faszinierendsten Mineraliensammlungen der Welt beherbergt. Die Terra Mineralia, eine Ausstellung der TU Bergakademie Freiberg, zeigt in historischem Ambiente 3500 märchenhaft schöne Minerale und Edelsteine aus fünf Kontinenten. Dem Betrachter bietet sich ein fantastischer Reichtum an Farben und Formen, von denen man einfach seinen Blick nicht abwenden kann. Und all dies in einem modernen und anziehenden Ausstellungsarrangement. Die Terra Mineralia, das sind ebenso zur Interaktion animierende Erlebnisbereiche, multimediale Präsentationen, aufgefächerte, von Spannung geladene Einzelstücke und erklärende Informationstafeln. Den jüngsten Ausstellungsbesuchern wird Gullivers Reisengleich ein Ausflug in die Kristallstruktur geboten. Ebenso beeindruckend die Kollektion von unter UV-Lichtfluoreszierenden Mineralien, deren sagenhafte Farben eine fast hypnotische Wirkung ausstrahlen. Das Schloss Freudenstein ist für Besucher aus der ganzen Welt auf das Beste gewappnet. Für sie werden Audio-Guide-Führungen in mehreren Sprachversionen angeboten. Für all jene, die noch ein wenig mehr wissen möchten, gibt es das Wissenschaftszentrum, genannt Forschungsreise, das eine hervorragende Möglichkeit des Kennenlernens der Geheimnisse von Mineralen aus allernächster Nähe bietet. Besonders prachtvolle Stücke oder Raritäten aus der Welt der Mineralien, aus Edelsteinen angefertigter Schmuck, die berühmten Silberlocken aus dem nahegelegenen Bergwerk sowie eine Sammlung echter Meteoriten zeigt die Schatzkammer. Diese Wunderwerke der Natur können die Besucher mit eigenen Augen betrachten. Die Terra Mineralia in Freiberg erwartet Sie. Die Terra Mineralia in Freiberg